Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir haben vorhin gerade noch ein paar Nachrichten bekommen, die ich jetzt gerade noch anschauen würde. Du hattest recht, wie es tut mir gut, wieder bei meiner Familie zu sein. Nancy war ich der einsamste Mensch der Welt. Da ist mir sogar die Gesellschaft dieses bockigen Mistkerls lieber. Du weisst, wenn ich meine. Ausserdem habe ich den Eindruck, dass er sich langsam ein wenig entspannt. Dass ihm klar wird, dass seine Meinung nicht die einzige ist, die zählt. Das wird uns allen gut tun. Ein schönes Bild. Willst du mich neidisch machen? Das stimmt schon. Über Nancy wenigstens habt ihr eure gegenseitige Kersia zu. Klingt verlockert. Ein Familientreffen war noch nie meins, aber ich freue mich, dass ihr glücklich seid. Also ist Panem ganz offiziell wieder eine Bride? Irgendwie fühlt sich das alles noch nicht echt an. Ich gehe mir erst mal eine Probe zeigen. Ich kann nicht erwarten, dass sich alles von jetzt auf gleich verändert. Aber ich habe das Gefühl, dass es besser wird. Bist du dir sicher? Kannst ja mal drüber nachdenken. Auch ein einsamer Wolf braucht manchmal einen Rudel. Auf jeden Fall bist du immer, Bändel, alte Kaldus, willkommen. Naja, ich gehe dann mal, bevor die sich alle zusaufen und irgendein Wetter ein veranstalten. Mach's gut. Komischerweise haben wir hier zwei Nachrichten. Also zweimal verschiedene Nachrichten. Ich habe viel nachgedacht in letzter Zeit über den ganzen Kram mit Sol und Mitch und Scorpion. Über die Familie, die ich hatte, die ich verloren habe, verlassen. Ich dachte nicht, dass das alles so kompiziert sein würde. Ich verstehe nicht, was mit mir los ist. Ich bin hier in der Stadt und kann machen, was ich will. Aber scheisse, bin ich wirklich frei? Wenn ich mein altes Leben nur hinter mir gelassen habe, weil nicht alles so war, wie ich es wollte, dann laufe ich doch immer bloß davon. Verstörst du, was ich meine? Vielleicht hat der Mitch recht und du sollst zurückgehen. Na gut, jetzt passt es natürlich chronologisch nicht wirklich. Aber okay. Mitch Anderson. Hey, hier ist Mitch. Wir machen eine Art Trauer für Eber, Scorpion und die anderen. Also, falls du auch vorbeikommen wirst, dich verabschieden. Eine Saal verfeuern für die Gefahrenen und so weiter. Ja, möglicherweise habe ich da jetzt gerade einen Auftrag. Wie heißt es? Ihr wisst schon. Den Auftrag abgelehnt. So nehme ich die Ohren. Diese Zusammenkurve mit Mitch. Ah, Flyway. Ne, doch nicht. Okay. Wir haben so viele Aufträge. Das ist wirklich und es wird nicht wenngel. So, das endet ja auch. Die Auftrag ist ja gleich hier. Attention, NCPD Subcons. Suspected organized crime activity reported on Hargreaves Street. APB out for Darius Miles wanted for murder. PERP belongs to 6th Street Gang and leads one of its drug manufacturing rings. The city has promised a reward for terminating the threat from Miles and his drug cell. Und dann noch ein Kurzschluss. Bald geht auch ein Kurzschluss. Das ist wirklich ein Kurzschluss. Was ist das? Eine noch. Na gut, die zwei sind da noch. Und alle schauen, die Depressorten. Und kurzschluss. Okay, da kommt jemand. Verseuchen. Löschen wir die doch mal aus, ohne nicht bemerkbar zu machen. Okay, drei. Die sterben alle. Und wie ist die, wieso ich das weiß? Einmal ein PC. Meine Tastatur und alles leuchtet wegen Razer. Wegen der Razermod, die man mit Spielen verbinden kann. Und dann leuchtet meine Tastatur, mein PC, alles rot auf. Wenn jemand hier stirbt. Ja. Und splittet 200 Kilogramm Benzoeensäure. 45 Kilogramm Azentanilite. 30 von den Fässern. 2 Zentrifugen. 1 Sack mit Agitatorn. 20 Einweghände. Die billigen Ecklampen. 2 Vakuumpumpen. 2 Vakuumpumpen. 3 Tanks mit Lachgas. Und holt euch die Luftfilter. Ne, nicht einsteigen. Da dachte ich könnte die Schiebetür aufmachen. Nix drin. Auch nix. Achte vielleicht, manchmal wird da was drin in den Autos. Aber es sieht leider nicht so aus. Das haben wir ziemlich souverän erledigt. Ohne irgendwie hier aufgefahren zu sein. Sie wissen nicht mal wieso sie tot sind. Na ja, können wir gleich wieder verschwinden. Und weiter schauen was wir machen wollen. Du bist in Mie. Besuche Klärtagsurin in der Werkstatt. Das ist eine Autorin. Es ist dich und warte auf Billy Chabovs. Chablonski. Zinnermen. Was ist das nochmal? Bei einer Sache hast du recht. Irgendwas an diesem Job von Vakakos stimmt nicht. Und überhaupt hast du so stinknormale Auftragsmode gar nicht mehr nötig. Aber es schadet wahrscheinlich nicht mal mit Billy Chablonski zu reden. Um herauszufinden was mit ihm abgeht. Aber an der Endstelle würde ich die Finger von diesem Job lassen. Ich weiß ehrlich, ich kann nicht mehr sagen was das war. Aber gut, wir gehen da hin. Oh nein, das war los. Jake! Die nach beginnt. Da sind wir. Wir müssen uns da einfach auf ne Bank setzen. Okay, ist eins weiter drüben. Naja, okay. Hä, da waren wir doch. Vorhin gerade. Mal wieder das alte Wartespiel. Etwas spät. Hä? Bill Jablonski. Did Okada give you the details? Didn't go into a whole lot of detail, no. Joshua Stevenson. You and me are gonna give that murdering fuck what he deserves. I'll tell you more inside. Get in. You're driving. A spouse. An Auftragsmord, wo jemand mitkommen wollte, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. They're supposed to pass down this street. We just sit tight till they show up and follow him. I wanna see the light in that motherfucker's eyes go out. Whoa. Why? So he can smell his own fear before he dies. Wait, Stevenson won't be alone? Could have prepared better knowing that. No one else needs to die today, only him. Who's his entourage? They gonna be packing? Ordinary people. Once we scare them, let them know we're serious, they won't lift a finger. How do you define ordinary? Corporal rats who got him out of the can. They'd sell their own mothers to save their own skins. Just don't fire at them. I can't. Want him dead, why exactly? That's not your concern. Rather know what I'm getting into. Stevenson murdered my wife. They convicted him, put him on death row. But the slime bag found a get-out-of-jail-free card over my dead fucking body. Okay, Connie Fischian. Plan sounds half-baked. Honestly, don't like it. What's that supposed to mean? First up, don't execute in public. Don't need an audience. Second, they could get away. You don't get it. I spent my life savings on this. That's them, step on it. Ach so, oops. Ich dachte, das wäre das Auto. Aber... Stay on him. Don't let him get away. Das waren die Bullen. Das sind die Bullen-Karrese. So. Amsthaft. Natürlich, wie ein GTA, wo natürlich bei solchen Missionen alles auf einmal kommt. Das sind die Autos, Lastwagen, was auch immer. Fuck! Du hast da unten einen Pick-up, der nicht so gut schnell ist. Oh! Shit! Jetzt hat wieder die Waschentaste gedrückt. Ich glaube, der kommt uns nicht. Besser gesagt, ich lasse ihn nicht hier kommen. Ja, dann komm her. Ich werde das machen. Ich werde das fucking killen. Ich werde das fucking killen. NCPD! Stopp right there! Lieutenant Vasquez, NCPD! Stopp! Drop it or I shoot! Du schütztierst einen Mörder! Du fucking idiot! Exchalte fire! Hä? Eheh? Eheh? Was ist denn das für ein Grön-Krasser? Do it! NCPD, motherfuckers! Waaat? Ja, moin! Letzten Checkpoint. Was sind das für krasser NCPD-Dealer? Der mich da weghaut wie keine Ahnung was. Äh, okay. Hier sind wir. Okay, ganz kurz. Ich hab die Taste hier für Dialogübersprüngen rausgenommen. Oder unbelegt. Und deshalb hab ich keine Ahnung welche Taste das ist. Dialogübersprüngen. Okay, das. Guess I just gotta wait. Bei diesen Mischungen kann man auf sich nicht speichern. Hab ich grad gesehen. Dann hat nochmal fünf Wunder. Huh? Bill Jablonski. Hm. Did Okada give you the details? Didn't go into a whole lot of detail, no. Joshua Stevenson. You and me are gonna give that murdering fuck what he deserves. Zuh. They're supposed to pass down the. I wanna see the light in that motherfucker's eyes go out. Whoa. So we can see. Wait, Steve. No one else. Who's his aunt? Or. How. Cor. One. That's. Rather. What's that? First up, don't. That's them. Step on it. So, dann nochmal. Don't let him get away. Watch out. This is weird. Hauptsache, er rammt auch alles weg. We can't lose him. Man kann hier echt nichts speichern. Finde ich doof. Fuck! Fuck! Stop the damn car! This is it. Let's go. Man kann nicht speichern. Stay close. I'm gonna blow the motherfucker to bits myself. Warte kurz. 19 Jahren. Ich hab' jetzt alle gute Waffen weggeschmissen. 40 Schaden. 51. 50. 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 Ich werde es machen. Ich werde es fucking killen. N.C.P.D., stop right there! Lieutenant Vasquez, N.C.P.D., stop right there! You're protecting a murderer! Drop it or I shoot! Wait! No, stop! Stop the killing! They're here to kill you! It's not their fault. Shoot the girl and our deal is dead. Vasquez, shoot! Right. Let's just all shoot holes at each other. I'm crying out loud. Fuck! We can't leave her here. Media vultures will be here any minute. The fuck are you doing? Stop! N.C.P.D., stay where you are and get that goddamn semi out of here! We take her with us. What? Okay, last time we played. We've got a situation. Somebody just tried to drop our star. That psycho's out hiring professionals. It was only a matter of time. Cause he's a fucking nutcase, that's why. Busted an attempted hit on my guy. Yeah, one cash. Bill Jablonski. No priors. But run a deep sweep just to be sure. You want me to come- Thanks. I owe you. To come with you? No patrol car. And stay off the frequencies too. I need you. Can't have this coming back. You're out of your fucking mind. Hey, another word from you and I am calling the studio. This. What the fuck is this? Don't make you ruin your career. Nobody, and I mean nobody, will hunt the air on your head. We're clear to go. I'm just, uh... I'm just, uh... Borrowing you. What the hell is this? What's your name? First, gonna tell me what the hell's going on. Look, I can explain. Just... Don't go. I... I need you. It's okay. You don't need to tell me. My name is Joshua Stevenson. And your associate? What was his name? Bill Jablonski. Ring a bell. Sadly, yes. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Wait a sec. You're V. I heard of you. Can't say the same about you. We can't take her. Out of the question. She's way too big a threat. Well, I want to give her a job. Christ on a stick. Finally. Something that isn't a complete snore fest. Could binge watch this all day if I had some popcorn. Gonna tell me what it is you want from me? Well, this one time Rachel is right. We can't stay here. Come with us. You'll find out all you need to know on the way. Got to object. Strongly. Noted. But you don't have a phone here. Ha! That's it. Got no fucking idea what this is about. But if you don't go with them, I'm never talking to you again. Steig in the NCPD-Wagen. Johnny. Ich mach's für dich. Alright. I'll go with you. Move it! We're running late. Have you ever experienced anything that changed the meaning of existence? Changed your life? I'd say that. Sure. Then you will understand exactly what I'm trying to do. Twelve years ago, I was sentenced to prison for armed robbery. And other sins. I shot and killed several people in cold blood, and it didn't mean anything to me at the time. But behind bars, you get all the time in the world to think. And I thought to correct the errors of my ways. Why'd you shoot them? I was holding a gun. I didn't like the way they looked at me, and I had the power to stop them. I still see their faces just before. Frozen in time. God. Give me strength to never forget. A tale of repentance, redemption, and rebirth. Been on TV thousands of times, probably. I'm usually asleep before it's half over. This won't be TV. This will be entirely different. Spill already. What do you want from me? Stay with me for the day. And I'll pay you what you were promised to kill me. Uh, excuse me. With what money? Not mine. The studio's. And the studio will pay. You know, still got that contract to kill you. What's to stop me from fulfilling? Me. One strange twitch. I kill you. Hey, there's no reason to upset Vasquez. Your fixer will get what they want. I'll make sure of it. How you figure that? Trust me. Everyone will be satisfied. I guarantee it. Hmm. Still got no idea what it is you want from me. Remain by my side and talk to me. That's it. Vasquez, keep an eye on them. I'm gonna stay in the car. You don't like Rachel? Keep it short. She's got the gift of the gaps, really. What a tight schedule. I'm merely a springboard for her career. A high value asset. You're the one I want to talk to. Not liking this one bit. Let me out. I'll be on my way. It's easy money. Just, uh... Give it a thought. Hmm? No. Let me out. So I wanna hear... There's a light that never goes out. Zuleika? You're late. I found a companion along the way. Someone from the studio? Do you remember what you wrote me in your last letter? She is everything you spoke of. V, meet Zuleika. V, pleasure. You are a friend of Joshua's? Recent acquaintance, more like. Mama isn't back yet. We can talk inside until she returns. Come in. Hurry up. I'll be waiting outside. Na gut, ich würde sagen, das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Daddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Yes. 4 princes, where? Lies, der数. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. The next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai. We have a city to burn.